Für mich heißt lebendig zu sein, ganz und gar lebendig zu sein, also mit allem, was zu mir gehört. Ich in mir und mit meinem Körper und eben auch damit, dass ich froh bin und traurig und dass ich Schmerzen habe und Lust. Und es gehört für mich auch dazu, dass ich am Ende sterben werde, aber hoffentlich auch verstehen, das ist meine Glaube und meine Hoffnung. Also lebendig und das ist auch in dem Kreuz für mich ausgedrückt, Tod und Auferstehung.